ja leute es ist mal wieder soweit wir müssen reden ich möchte mich gerne dafür entschuldigen dass die audio qualität in den nächsten zwei kommenden videos abgrundtief scheiße ist habe eine kleine sache verpennt kann man sagen ja und zwar an dem mischpult genau da vorne da hinten in der ecke habe ich aus versehen ohne das anscheinend zu merken einen regler verstellt ja und dann konnte ich mich jetzt im nachhinein dafür entscheiden lade ich zwei komplett neue folgen hoch und alles was darin jetzt passiert ist in den anderen zwei seht ihr nicht oder ich lebe damit und lade es einfach hoch ich habe mich jetzt dafür entschieden die dinge einfach hochzuladen weil es halt auch arbeit ist die damit verbunden ist die ich da rein stecke und ich halt auch ziemlich beschäftigt bin ab abseits von meiner normalen arbeit und ja ja nicht sauer sein ab nächste woche ist alles wieder normal der ton es werden auch wieder die anderen projekte kommen eins was ich mir wieder rausgesucht habe bleibt noch ein kleines geheimnis ja aber es wird bestimmt ganz cool es wird bestimmt sehr viel spaß machen und es würde und es wird borderlands quasi ablösen und dafür jeden sonntag kommen und borderlands kommen dafür dreimal die woche mit minecraft zusammen bei minecraft muss ich sagen macht mir sehr viel spaß gar keine frage das modpack macht echt laune aber ich bin nicht der kreativste und deswegen weiß ich nicht wie lange minecraft in dieser version noch bleiben wird oder ob ich es eventuell komplett sein lasse und mich eher auf story lastige spiele stürze die sind auch für mich persönlich einfacher zu handeln weil man ist dann nicht stundenlang auf irgendeiner farming tour oder muss ich überlegen was baue ich jetzt als nächstes sondern das spiel hat dann eine story und die ballerst du einfach durch da werden wir auch nochmal gucken aber fürs erste läuft ab nächste woche erstmal alles wie gewohnt weiter und wie gesagt nicht sauer sein die audioqualität hat ein bisschen gelitten wir werden das zusammen durchstehen ich habe es mir auch angetan jetzt beide folgen und ja an sich wünsche ich euch dann noch ein schönes restwochenende und viel spaß beim gucken der anderen folgen haut rein danke tschüss